Glück auf Bonsar Kumpels Sternchen innen und herzlich willkommen zu einem weiteren Bonsar Vlog schön dass ihr wieder eingeschaltet habt ja was haben wir diesmal auf dem Tisch der Orange Dream ich weiß nicht der eine oder andere kann sich vielleicht noch daran erinnern das war ja damals mal ein Beispiel in dem Video Bonsar Basics Grenzenbeschaffung durch Abmosen von Laubgehölzen und das war einer und das andere war ja die koreanische Reibenbuche die ich abgemaust hatte ja den hatte ich dann als ich ihn fertig abgemaust hatte in diesen doch sehr großen Teigtopf gesetzt und so in die Ecke gestellt jetzt zum Frühjahr also dann letztes Jahr erstmal wachsen lassen das war ja auch relativ spät die Abmosung jetzt zum Frühjahr habe ich ihn trotzdem erstmal anwachsen lassen bevor ich irgendwie einen Frühjahrsschnitt sozusagen gemacht habe was ich jetzt teilweise ein bisschen nachholen will und ihr seht dass die Blätter in einem sehr sehr schlechten Zustand sind die sehen teilweise verbrannt aus wobei ich sagen muss das hat er jedes Jahr so ein bisschen aber dieses Jahr ist extrem und warum ist das so extrem und zwar war das ganze Ding randvoll mit Blattläusen also so richtig randvoll mit Blattläusen und ich habe überhaupt keine Erfahrung was so Pflanzenschutzmittel angeht aber in der Garage mal geguckt was gefunden von Bayer Blattanex wird wahrscheinlich mittlerweile verboten sein weil das Mindesthaltbarkeitsdatum ist bis 2007 also das ist wahrscheinlich 20 Jahre alt was steht hier drauf schnelle und sichere Wirkung und das stimmt also die Blattläuse sind weg und die Blätter sind weg geil oder jetzt muss ich sagen ich neige immer so ein bisschen dazu viel hilft viel ich habe den einmal eingespült und dann habe ich das so ein bisschen trocknen lassen und habe den nochmal eingespült extra an einem Tag bevor ich wusste nächsten Tag wird es regnen und auch ein bisschen bewölkt sein und den habe ich auch nicht in der Sonne stehen lassen aber ich glaube dieses Platanex also dieses Pflanzenschutzmittel ist ja nicht dieses Insektizid also Herbizid ich weiß nicht ähm dass das schon eine sehr aggressive Wirkung hat und auch die Blätter zum Verbrennen gebracht hat man sieht das auch gerade so bei dem ganzen Jungaustrieb dass der quasi verbrennt jetzt könnte man sagen ja vielleicht darf es noch an einem Blattläusen etc nein ich habe das auch noch bei vielen anderen Bäumen gemacht und so ziemlich jeder Asapalmatum der bei mir steht ähm kam damit nicht sehr gut klar es gibt ein zwei Sorten da habe ich ins Auge gemacht weil dieses Jahr ist ja alles irgendwie anders wir haben ein schlechtes Frühjahr gehabt wir haben einen schlechten Frühling sozusagen gehabt wir haben jetzt Mitte Mai der ist wenigstens einigermaßen gut ausgetrieben ich habe Asapalmatums die so gut wie noch gar nicht ausgetrieben haben die gerade so das erste Blattpaar aufgeschmissen haben weil irgendwie in der Sommer lässt es ja dieses Jahr so ein bisschen mit sich warten oder überhaupt ein bisschen das wärmere Frühjahr muss man sagen ähm und irgendwie waren an ziemlich vielen Asapalmatums gerade sehr viel Blattläuse unter anderem ähm ja doch an vielen Asapalmatums vorsichtig ich habe hier ganz viel stehen weil ich jetzt eigentlich anfangen wollte mit ähm der Apmose Session sozusagen und da habe ich mir gedacht hier mache ich nochmal so ein Frühjahrsschnitt hier machen wir so ein Langzeitprojekt draus und eigentlich wollte ich hier dann zum Beispiel gar jetzt Apmosen jetzt gerade kam ich schon wieder so viele Ideen weil ich das ganze Apmose das habe ich ja schon vorbereitet habe ähm hier ein zwei Äste wollte ich eigentlich abschneiden jetzt und habe mir gedacht ah die könnte ich auch preparieren um die abzumosen jetzt sieht ja ein bisschen wild aus und gerade diese kleinen Äste da komme ich mit diesen Dosen nicht dran wie ich immer so nur um es mal zu zeigen das sind die Deckel und das sind ja die Döschen die ich alle schon vorbereitet für meine ganzen Apmose die sind ja relativ riesig und hier was abzumosen mit ist hier ein bisschen blöd weil das alles so eng ist und da stehen mir die Deckel an und jetzt wäre die andere Sache das mit Folie zu machen ich habe mir auch schon ein bisschen Folie parat gelegt aber ich finde das gefrickelt mit dieser Folie dann da drum und mit dem Draht und dann da irgendwie rein und da habe ich irgendwie nie Lust zu muss ich sagen was auf jeden Fall klar ist der Ast der hier vom Seitentrieb ist ein Doppelstamm geworden hier unten ist der dicke Doppelstamm falls man das sieht aber das seht ihr gleich noch näher keine Sorge hier geht einer geradeaus hoch der wie Josef sagen würde eine sogenannte Apical 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 Spitzendominanz entwickelt aber der Baum der soll hier seine Spitze entwickeln und hier sind die Seitentriebe auch so hoch und gerade hier an dem Haupttrieb wo ich quasi den Hauptstamm sehe sind sehr viel von den jungen Trieben durch das Zeug verbrannt das werde ich jetzt erstmal ein bisschen korrigieren ich werde ein bisschen Althaus abschneiden und ich glaube den hier werde ich jetzt schon versuchen abzumosen weil der soll definitiv fallen und der hat ja auch genug Laub würde ich mal sagen dass eine Abmose auf jeden Fall funktionieren sollte und der hat hier jetzt auch schon nach dieser Sache also das ist jetzt schon 14 Tage her bestimmt Neuaustrieb gezeigt der jetzt wieder daraus resultiert aus den alten Knospen also das war so eine Art Platte müsste man sagen ja und da werde ich einfach mal hier mit einem so ein Döschen versuchen das müsste so von der Höhe passen das habe ich mir gerade schon ausgeguckt habe ich schon mal den ersten den Rest den schneide ich so ein bisschen zurecht der kann auch erstmal hier in den Seiten austreiben auch wenn er die Spitze nicht mitnimmt alles cool und dann müssen wir mal gucken wie viele Pflanzen wir da gewinnen und vielleicht gibt es hier irgendwann ein Orgingsstudium Clampster das wäre ja so gerade deshalb hätte ich der Rest so ein bisschen darüber nachgedacht ich wollte sie erst abschneiden dann habe ich drüber nachgedacht Stecklinge zu machen aber ich könnte Stecklinge ne das lassen wir lieber sein auch kein Bug die Schalen oder vorzubereiten ja deshalb werde ich erstmal einabmosen und dann mal gucken wie schnell der so Wurzeln macht wenn das gut klappt dann werde ich es vielleicht hier an den Seitentrieben mit so kleinen Tütenabmosungen versuchen ja und der Platte ist erstmal so mindestens noch ein Jahr eineinhalb Jahre hier drin stehen ja und dann müssen wir mal gucken wie viele Pflanzen wir daraus gewinnen können und wir daraus einen schönen Clampster machen können oder vielleicht eine Gruppe oder ein Wald ich weiß nicht je nachdem in welchen unterschiedlichen Phasen wir quasi was abmosen also wenn ich nächstes Jahr noch was abmosen die haben ja dann teilweise Rückschritte oder Fortschritte ihr wisst was ich meine wir werden es sehen ja und deshalb würde ich sagen baue ich das Klammerset ein bisschen näher um und dann gehen wir auch mal ein bisschen näher an den Baum dann schneide ich den erstmal aus und knipse den mal so ein bisschen zurecht und mache noch die Abmosung ich weiß nicht ob ich da noch was dazu sagen würde oder ob wir uns erst so am Ende davon nochmal kurz wieder sehen und das wird auch ein Langzeitprojekt ja tatsächlich das wenn ihr es jetzt seht dann wisst ihr dass das ein Langzeitprojekt ist und dann gucken wir mal und die anderen Abmosungen die ich jetzt so vorbereitet die habt ihr dann hoffe ich schon alle gesehen weil da geht es nur um die Abmosung hier geht es um die Entwicklung dieses Orgel Streams ja da wollen wir mal schauen ich bäume die Kamera um und bis gleich okay bei Untertitelung des ZDF, 2020 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 zu den Kabadatschi zusammen zu formen, sondern ich denke jetzt im Moment auf jeden Fall mindestens 1, 2, 3, 4 Einzelpflanzen zu generieren, obwohl ich noch so im Hinterkopf habe, dass ich eventuell hier einen Doppelstamm und da habe ich einen Doppelstamm, den ich abgemosset habe, dass ich die beiden vielleicht zusammenführe und dann noch zwei Einzelpflanzen. Das werde ich gleich sehen, weil dann habe ich einfach viel mehr Urban Streams. Ich habe ja bis jetzt nur einmal diesen Doppelstamm, ich will ja immer Doppelstamm, dann Einfachstamm, da bietet sich ja der schon mal super an, ist übrigens auch Herbst, also Mitte Oktober, ich merke, wenn ich hier die Blätter berühre, dass die schon abfallen. Ist nicht schlimm, funktioniert trotzdem, keine Sorge, ich habe sowas in der Vergangenheit schon mal gemacht. Ich könnte die jetzt auch im Töpfchen einfach hier dran lassen und die im Frühjahr abmosen, ich mache das aber jetzt, weil ich jetzt Ruhe und Ordnung hier mit dem Baum haben will und damit ihr jetzt schon mal ein abgeschlossenes Video habt und das vielleicht im nächsten Jahr nachmacht. Ja, deshalb wundert euch bitte nicht, wenn hier gleich vielleicht sogar alle Blätter abfallen, das ist überhaupt nicht schlimm. Also die Wurzeln gehen auch nicht ein, wenn der hier dran ist und das Bäumchen auch nicht, die sind beste Vitalität. Und wie auch beim letzten Video viele darunter geschrieben haben, über Winter, die dann aber frostfrei, die ist das. Nein, die brauchen einen ganz kleinen Frost. Klar, wenn es jetzt so wie letzten Winter, minus 25 Grad, dann kommen die in die Garage, dann haben die immer noch minus 5, aber das sollen sie auch kriegen. Und das habe ich schon ein paar Mal gemacht, dass ich Abmosungen im Winter dran gelassen habe. Hab die im Frühjahr zum Beispiel auch gemacht, kein Problem. Hab die im Spätherbst, so wie jetzt, abgemacht. Glycine, zum Beispiel Blauregen, habe ich schon zweimal genau so gemacht, weil die relativ lange brauchen, um Wurzeln zu bilden. Ist alles im Frühjahr angegangen, ist alles kein Problem. Und deshalb werde ich das jetzt hier genauso machen und ich habe da auch keine Sorge oder Befürchtung. Und wenn nicht, dann muss ich am Anfang nächsten Jahr noch ein ab. Also, werden wir jetzt erstmal gucken. So, ich werde jetzt die Stellen mal aufschneiden, für euch im Zeitreffer. Und wenn wir danach das Ergebnis haben, dann werde ich jetzt noch was sagen. Auf all the money that e'er I spent, I spent it in good company. And of all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me. Und all I've done for want of wit, to memory I can't recall, so fill to me the parting glass. Good night and joy be with you all. If I had money enough to spend and leisure time to sit a while, There is a fair maid in this town, who sorely has my heart beguiled. Her rosy cheeks and roby lips alone, she'll hold my heart enthralled. Then fill to me the parting glass. Then fill to me the parting glass. Good night and God be with you all. Good night and God be with you all. Good night and God be with you all. Good night and night and day and day and night . Musik Oh, all the comrades that e'er I've had Their sorry for my going away And of all the sweethearts that e'er I had They'd wish me one more day to stay But since it falls into my lot That I should rise and you should not Oh, gently rise and softly call Good night and God be with you all So feel to me the part in my life Ja, manchmal kommt es anders als gedacht Ja, ich würde mal sagen, willkommen am Ende dieses Videos Es war lang, für mich zumindest, es ging über das ganze Jahr Ihr habt es jetzt hoffentlich schön kompakt einmal gesehen Begonnen habe ich das Projekt mit der Intention Einen Clump-Style zu machen, also Mehrfachstamm Beendet habe ich das Projekt damit Vier neue einzelne Bäume zu generieren Und zwar sind jetzt hier zwei hübsche Doppelstämme quasi rausgekommen Einen Einfachstamm, den wir ja brauchen Und nochmal was ganz Besonderes Was mir jetzt zum Schluss so eingefallen ist Da gibt es nämlich noch so ein Projekt, das kennt ihr auch noch Weil ich das seht ihr erst nächstes Jahr Also 2022, irgendwann so im Mai schätze ich mal Und zwar bietet sich das bei dem hier so schön an Weil der so schön klein und kompakt ist Hat eine leichte Verletzung durch diese Tüte, die ich gemacht habe Der Draht oben, der ist eingewachsen Was natürlich ein bisschen blöd ist Ich hoffe aber, das kann ich einigermaßen wegkaschieren Bietet sich das für eine vierte Option an Die ich mir jetzt so überlegt habe, auch wenn es irgendwie möglich ist Aus jeder Gattung von Arohren zu generieren Also wie gesagt, Einfachstamm, Doppelstamm, Mehrfachstamm Und make it mama, baby, würde man sagen Und zwar habe ich hier so eine kleine schöne Bonsaischale Da war mal sogar eine Kiefer drin, die relativ groß war Als ich die dann umgepflanzt habe, hatte ich dafür nie eine Verwendung Und habe jetzt ein Projekt gestartet nebenbei Aus einem Sortenreihen Asapalmatum Der sehr klein ist, den ich gerade abmose Den mose ich auch über den Winter, also ich lasse das einfach dran alles Den wollte ich hier reinsetzen Und jetzt ist mir, als ich dieses Stück hier in der Hand hatte Aufgefallen, dass der auch sehr schön da reinpassen würde Was also heißt, dass ich nächstes Jahr hiervon noch ein, zwei Schälchen holen muss Weil da gibt es vielleicht noch ein anderes Projekt, wo der auch gut zu passen würde Ja, und dann werde ich diesen kleinen Organstüm hier reinsetzen Und in der Hoffnung, daraus einen schönen Mame zu machen Ich meine, das heißt doch Mame, diese kleinere Gestalt von Bonsa Ich weiß auch gar nicht, was bei Mame dann die Höhe ist Schon war ja irgendwie so 19 bis 20 Zentimeter Streiten sich ja so ein bisschen die Amerikaner und die Asiaten Und bei Mame weiß ich jetzt gerade gar nicht so eine Größenangabe Ich sage jetzt einfach mal klein halten, sehr klein halten Was auch, glaube ich, bei einem Aron sehr cool aussehen kann Vor allem, wenn man dann das Laub so schön zusammenkriegt Ja, auf jeden Fall, das ist nochmal ein anderes Projekt Das seht ihr im nächsten Jahr definitiv mit einem reinen Asaquamatum Und, wie es sich jetzt ergeben hat, natürlich dann auch mit einem Augenstüiden, denke ich mal Ja, die Mutterpflanze werde ich im nächsten Frühjahr definitiv hier austopfen Weil das ja mal ein ursprünglicher Doppelstamm war Und, wie man hier so sieht, definitiv muss hier alles neu aufgebaut werden Also, neue Stämme, neue SD irgendwo hinzaubern Mal gucken, was er mir da so anbietet Hat eine relativ schlechte Wundverheilung, habe ich gerade an der Mutterpflanze auch gesehen Was natürlich ein bisschen blöd ist Aber, ähm, der war schon mal schön Und ich denke, dass ich ihn wieder schön kriegen werde Und, ja, ich werde definitiv die anderen drei nächstes Jahr einfach voll austreiben lassen Dass ich hier so diese einjährigen Triebe habe Und daraus dann nochmal das Mehrfachstammprojekt, sag ich jetzt mal, ins Leben rufen bei OrganStream Weil den möchte ich ja definitiv einmal haben Vielleicht mache ich sogar zwei Mehrfachstämme Jetzt, wo ich weiß, dass das mit diesen einjährigen Trieben gut funktioniert Und OrganStream, wie ihr jetzt auch gesehen habt, sich extrem gut abmosen lässt Also auch extrem gute Wurzelentwicklung, fast schon zu viel Weil man kriegt dann irgendwann dieses Swafgum nicht mehr da raus Hätte ich eigentlich viel eher schon lösen müssen von der Mutterpflanze Aber es ist, wie es ist Und, ja, wenn ihr davon mehr sehen wollt Dann würde ich sagen, schaltet einfach nächste Woche Sonntag wieder ein Wenn es wieder heißt, mytweast and the pot Ich bedanke mich fürs Zuschauen Euer Patrick Bis Sonntag Ciao Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020